Wie hat Ambry das geschafft, wie hat Ambry das noch umgebogen, Dominik Zwerger? Ja, wir waren zu 4-2 im Powerplay und dann hat jeder wahrscheinlich abgerechnet mit uns und dann denkt, wir sind fertig, aber wir sind weitergegangen, haben nach 3-4 geschossen, haben das Momentum wieder gehabt, schiessen es 4-4 und in der Overtime, ein super Play vom Inti zum Spatschke und ein unglaubliches Goal. Aber ihr habt ihr mal noch geführt, zwei Punkte von Dominik Zwerger und Arno Delcourto hat ja natürlich ganz genau beobachtet, was da heute passiert mit den österreichischen Nationalspielern. Was ist dein Feedback, Arno, an Dominik heute? Ja, gut, die zwei Goal, die es geschossen hat, hat er genau wie er für ihn, strategisch ist er da gestanden, du hast locker gewesen und du wusstest, ich mache, was ich will. Das hat er super gemacht und dann hat er auch gut gespielt und dann hat er ein bisschen an einem Zwillang nicht mehr so gesehen, Zwillang. Und plötzlich sehe ich, in den letzten paar Minuten, sehe ich ihn wieder. Also er ist auf dem besten Weg zu dem, was du hier in der anderen Halle, was du hier zelebriert hast, könnte nicht die Menge Leute auf der Welt zelebrieren. Das hast du können und ich wünsche dir, dass du das wieder zurückkriegst. Also es war sehr gut heute, aber du kannst noch viel mehr. Habe ich recht? Absolut hast du recht, ja. Vielen Dank, Arno, es freut mich sehr, das von dir zu hören. Gut, es gab aber auch viele Strafen heute für euch, oder? Habe ihr euch das Leben irgendwie selber schwer gemacht und dann ist es auch für dich manchmal schwierig? Definitiv, ja. Wir haben heute ein paar Strafen viel genommen und aber haben gute Kills gemacht, haben das eine Goal gekriegt zum 4-2, aber dann haben wir die vier Minuten wieder gekillt. Und sind wir zurück ins Spiel gekommen und ich denke, heute eine super Mannschaftsleistung, wir können stolz sein auf uns und jetzt schauen wir weiter auf Donnerstag. Und dann hat es Spass gemacht, deinen ersten Besuch in Ambry da heute, oder? Vorragend, wir kommen im kommenden Jahr wieder. Im Jahr machen wir wieder vor Weihnachten, wir haben dann am nächsten Mal die Ambry gegen ein Fobiers-Nomen-Gigzug, aber wir können aber gegen Bern nicht oder gegen Lugan. Und gegen Davos würden viele Leute gewünscht? Nein, da komme ich nicht. Nein, sicher, Arno, du bist immer willkommen, du. Ich habe dir schon oft geschrieben, du musst öfters gehen. Wer habt ihr am Donnerstag? Ein, 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 ein und am Samstag der ZE zuhause. Sechs Punkte? Sechs Punkte? Dann sind wir? Ich weiss jetzt nicht, den Willi habe ich nicht im Kopf, aber... Und dann kommt der Spengelkopp. Dann kommt der Spengelkopp. Und wir haben ihn noch am Spengelkopp. Wie viele spielt ihr? Am zweiten schon? Am, ja, am zweiten. Gegen? Ich weiss nicht, aber am sechsten, am siebten hier gegen Biel. Dort kannst du kommen. Es ist der Platz. Wir sehen euch wieder. Danke vielmals, gratulieren Sie.